Herzlich willkommen auch in dieser Woche auf dem FreeStocks-Kanal zusammen mit Fit4Finanzen mit einer Aktie im Fokus. Mein Name ist Andreas Bernstein, der Roland Jägen wird auch dabei sein. Nach dem Intro haben wir etwas ganz Neues für Sie im Programm. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Wir geben uns ja auch immer Mühe, neue Aktien bzw. Aktien, die man vielleicht nur mal kurz gesehen hat, hier ins Programm reinzuholen im Sinne von näher erläutern und auf die Chart-Technik schauen. Und da haben wir tatsächlich wieder was gefunden. Genau, da haben wir ein neues Unternehmen gefunden. Und zwar geht es heute um die Paychecks, ein führendes US-Unternehmen im Bereich der Lohnabrechnungslösung und Human Resources-Lösung. Und da schauen wir heute mal genau, was das Unternehmen macht, was die Historie ist und was man auch aus dem Chart ableiten kann. Das ist ja sowieso ein Riesenthema bei Firmen, Outsourcing. Man muss nicht alles selbst machen. Und wenn ich mich an meinen Geschichtslehrer erinnere, der hat damals gesagt, das ist ja die erste große Weiterentwicklung der Menschheit gewesen, dass man Aufgaben verteilt. Also, dass nicht jeder sich sein Essen selber suchen muss, zubereiten und dann auch noch die Haare schneiden am Abend, sondern es gibt Spezialisierung. Ganz genau. Und ja, hier versucht man entsprechend insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, indem man hier verschiedene Management-Aufgaben übernimmt, sei es Personalabrechnung, sei es Personalmanagement und dabei einfach dem Unternehmen hilft, die Verwaltung letztendlich einfacher zu machen. Man hilft auch bei der Einhaltung von Steuervorschriften und ähnliches, Mitarbeiterinformationen. Also ist da durchaus auch etwas breiter aufgestellt. Und vor allem digital aufgestellt. Und das ist auch der Grund, warum das Unternehmen zum Beispiel im Nestec 100 vertreten ist. Also da geht es tatsächlich auch zukunftsorientiert voran. Das muss kein trockenes Thema sein, die Buchhaltung. Und wir bringen erst mal ein paar Fakten zur Unternehmensgeschichte hervor. Denn das ist auch so eine amerikanische Story, die ich mag, mit 3.000 Dollar das Unternehmen gegründet. Älter als ich und auch älter als du. Und jetzt ist es ein Weltunternehmen. Ja, ganz genau. Man ist ganz stark gewachsen, hat dann auch expandiert, ist nicht nur noch in den USA vertreten. Da können wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Man hat auch in die Cloud ausgelagert. Du hast schon das Thema digitale Transformation angesprochen. Das ist letztendlich gelungen dem Unternehmen. Und man hat mittlerweile weltweit 15.000 Mitarbeiter und betreut mehr als 700.000 Kunden. Insbesondere in den USA und in Nordeuropa. Du hast schon angedeutet, dass es nicht nur um die reine Lohnabrechnung geht. Ich kann mich noch erinnern, bei meinen ersten Ferienjobs, da gab es dann tatsächlich in so einem kleinen Fach einen Brief, den man einmal im Monat öffnete. Und da war die Lohnabrechnung ausgedruckt. Aber mittlerweile läuft ja sowieso da alles digital. Und das ist auch gut so. Denn den Brief kann man verlegen. Aber digital hat man immer in irgendeinem Postfach, in irgendeinem Ordner die ganzen letzten Jahre vorliegen. Das braucht man ja spätestens, wenn man sich eine neue Wohnung sucht. Ja, ganz genau. Und da versucht man wirklich zu helfen, den Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und hat da wirklich eine ganze breite Palette von den verschiedensten Dienstleistungen hier entsprechend im Angebot. Ja, und die sind relativ stark fokussiert. Also es ist kein Unternehmen, was da rechts und links der Pipeline Experimente macht. Sondern man fokussiert sich. Und das, was man kann, das kann man richtig gut. Man wächst in allen Bereichen. Ja, man ist ganz klar ein Wachstumsunternehmen. Auch über die letzten Jahrzehnte, muss man schon fast sagen. Also hat man immer sehr, sehr starke Zahlen auflegen können. Das sieht man gleich auch später noch in den Bilanzdaten. Und Wachstum in den Segmenten, die man anbietet, die sind ganz klar fokussiert. Aber man weiß, was man kann. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn man sich mal solch eine Position erarbeitet hat, dann für die Kunden vielleicht zu einem möglichen Mitbewerber zu wechseln. Und daher hat man doch viele langjährige Kunden und kann damit natürlich auch seine Umsatz- und Gewinnmargen bisher halten und sogar ausbauen. Ja, der Vorteil liegt für die Kunden, also für die Unternehmen auf der Hand. Sie sparen Zeit. Sie sind effizienter. Das Ganze wird pünktlich erledigt. Es gibt auch kein Risiko durch irgendwelche Ausfallzeiten. Da kann ich mich auch erinnern, wenn die Lohnbuchhalterin krank war, ja, dann gab es halt den Lohn drei Tage später. Also das passiert da auf allen Fällen nicht. Das ist alles rechtssicher, professionell und vor allem auch sicher im Sinne von Datensicherheit. Das ist ja auch ein Riesenpunkt. Ja, ist auch ein Riesenpunkt und da versucht man entsprechend auch sehr gut aufgestellt zu sein und sich an alle Richtlinien entsprechend hier zu halten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo es vielleicht dann noch ein Tick strikter ist, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Und hier hat man sich Know-how teilweise auch zugekauft. Die Paychecks Niederlassung in Deutschland, die gibt es seit 2003, also 20-jähriges Bestehen. Da dürfte auch dieses Jahr eine ordentliche Party gewesen sein oder kommt noch. Die Zentrale ist in Hamburg. Es gibt weitere Standorte Berlin, Dresden, Itzeho, Lünnen und nach eigenen Angaben gibt es mehr als 1000 Kunden, die man mit dem eigenen Service erreichen konnte am Anfang, als man gestartet ist. Und mittlerweile sind es sogar über 6000 Kunden über verschiedene Abrechnungsarten hinweg. Genau. Und dann hat man hier entsprechend auch ein bisschen expandiert. Man hat zum Beispiel die Lohndata GmbH entsprechend übernommen, die Lesser Group mit Hauptsitz in Dänemark. Und da ist so auch immer weiter gewachsen hier entsprechend in Europa im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und auch Zeiterfassung ist auch ein Thema, das man anbietet. Da hat man auch sein Produktportfolio ausgebaut. Und ja, dann gab es eine weitere Übernahme, die vor knapp zwei Jahren auch ein Software-as-a-Service-Anbieter Ampli entsprechend ebenfalls aus Dänemark, der übernommen worden ist. Und so ist man wirklich auch insbesondere, was die Cloud-basierte Software anbelangt, sehr gut aufgestellt und hat da auch wirklich es geschafft, diese digitale Transformation von den wirklichen Papierabrechnungen hin zu digitalen Lösungen jetzt all seinen Kunden anzubieten über die Cloud. Und das hat, denke ich, in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Wenn es dann auch noch mit dem Weiterbildungsmanagement funktioniert, dass man in seiner persönlichen Oberfläche schauen kann, was gibt es für Weiterbildungsangebote, dann bleibt man auch als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin ständig am Impuls der Zeit. Die renommierten Kunden, ich habe nur mal ein paar mitgebracht, sind Stiftung, Hotel Berlin-Brandenburg, Footspring, kennt man wahrscheinlich auch. Und wir gehen direkt mal in die Bilanzdaten rein, beziehungsweise die Historie. Wenn man sich nur die einzelnen Quartale anschaut, denkt man, was denn das für ein zackiger Verlauf, die haben keine klare Linie. Das stimmt, aber es ist letztendlich, Kontinuität ist ja das große Thema letztendlich. Die Zahlen sind auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn man sich auch gleich die Marge noch näher anschaut, also die Brutto- und auch die Nettomarge ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das ist sehr positiv, wenn sie dann entsprechend auch dort vielleicht nur stagniert, aber wenn man dann weiter reinschaut, sieht man auch, es gibt Umsatzwachstum über die letzten Jahre und auch die Margen sind zwar im kleinen Bereich immer weiter angestiegen und stagnieren auf sehr hohem Niveau. Also bei der Umsatzrendite liegt man mittlerweile über 40 Prozent und die soll noch weiter steigen, auch in den nächsten Jahren perspektivisch. Eine Nettomarge von 30 Prozent ist auch mehr als ordentlich. Es wird ein ordentlicher Gewinn je Aktie ausgewiesen über die letzten Geschäftsjahre. Und was da noch hinzukommt, ist auch eine Dividende und die ist auch weiter angestiegen über die letzten Jahre und ist jetzt auch auf einem sehr attraktiven Niveau, wie ich finde. Ja, die Nettomarge höher als bei Tesla, das hört man dann selten sehr, sehr schön. Und wenn man die Dividende anschaut, dann ist es sicherlich auch für die großen Anteilseignal eine feine Sache. Da sind renommierte Namen mal wieder dabei wie die Vanguard Group. Ja, ganz genau. Der Gründer ist ja auch noch mit dabei mit mehr als 10 Prozent und dann die Vanguard Group und viele andere institutionelle Fondsgesellschaften und so weiter. Von daher, da ist man auch sehr gut aufgestellt von der Investorenseite. Ja, Gewinne wachsen über Jahre, die Umsätze wachsen über Jahre, Dividende wachsen über Jahre. Da könnte man eigentlich denken, die Analysten überschütten sich mit Lob, aber die halten sich eher zurück. Woran könnte denn sowas liegen? Ja, das KGV ist durchaus nicht niedrig, möchte man sagen. Also man hatte da schon die ein oder anderen Vorschusslorbeeren auch in den letzten Jahren und die Aktie hat so auch auf einem gewissen Niveau stagniert, möchte man sagen. Von daher, es ist nicht das günstigste Investment, aber es ist ein sehr, sehr solides Investment mit weiter, denke ich, ganz attraktiven Zukunftschancen. Gerade jetzt, wo auch der US-Arbeitsmarkt weiter brummt, könnte die Aktie nochmal in den Fokus geraten. Die ist in diesem Jahr noch nicht gelaufen. Genau, sie ist nicht wirklich gelaufen, sondern stagniert mehr oder weniger auf Break-Even. Auf Jahressicht möchte man sagen und das sieht man gleich auch im Chart, dass man sich insgesamt in der Konsolidierungsphase hier befindet. Und dann schauen wir auch direkt rein in die größeren Zeiteinheiten. Und ja, hier auf Wochenbasis sieht man diesen schönen Aufwärtstrend eigentlich seit dem Corona-Tief und dann mehr oder weniger eine Stagnation, hier auch auf hohem Niveau. Leicht abwärts gerichtet, möchte man sagen, wenn man in den Tagesschart hineinzoomt, sieht man diese Konsolidierung, die seit den Allzeithochs hier im April 2022 nun über mehr als ein Jahr vorherrscht. Ja, wichtige Kursniveaus konnte man halten, insbesondere die 100-Dollar-Marke. Und jetzt hat man kürzlich hier einen weiteren sehr wichtigen Kurs oder einen sehr wichtigen Unterstützungsbereich, möchte ich sagen, getestet. Das ist diese Marke von ca. 110 Dollar. Die hat man jetzt nochmal getestet. Man ist damit zwar unter die gleitenden Durchschnitte gefallen, aber hier gab es durchaus reges Kaufinteresse hier entsprechend auch Ende der letzten Woche. Ich denke, solange diese Marke hält, kann man hier perspektivisch wieder aufwärts spekulieren. Der 50-Tage-Durchschnitt könnte hier noch einen kleinen Widerstand markieren bei ca. 120 Dollar. Darüber wäre dann, denke ich, erst einmal der Weg frei, vielleicht bis zur oberen Trendkanalbegrenzung und bei einem Ausbruch dann sicherlich auch Richtung Allzeithochs, die bei knapp 142 Dollar markiert worden sind. Also hier ist durchaus Potenzial vorhanden. Man kann das Ganze, denke ich, auch recht eng absichern, hier mit einem Stop, wer im Swing- oder Positionstrading unterwegs ist. Aus Investorensicht als langfristiges Investment zur Beimischung ist es sicherlich auch sehr solide, auch aufgrund der Dividende. Also durchaus eine interessante Aktie an einem interessanten Kursniveau, die man für die nächsten Handelssitzungen dann vielleicht einmal noch näher beobachten kann und dann vielleicht perspektivisch ja auch einsteigen kann. Vor allem denke ich dabei, dass es etwas, was es auch, solange der Arbeitsmarkt überhaupt existent ist und einigermaßen läuft, immer benötigt wird, so eine Lohnabrechnung kann man ja nicht einfach wegrationalisieren. Genau, die wird immer benötigt. Von daher wird sowohl der Umsatz als auch der Kurs nicht ad hoc hier einbrechen. Das ist sicherlich nicht zu erwarten. Und ja, da muss jeder für sich bewerten, ob man bei den aktuellen KGVs oder Ähnliches da langfristig einsteigen möchte oder vielleicht nur im Swing-Trading-Bereich mal eine attraktive Bewegung hier von 5 bis 10 Prozent vielleicht mitnehmen möchte. Ja, sehr interessantes Unternehmen. Wie gesagt, den Nasdaq 100 und auch im S&P 500 vertreten wir, graben weiter und finden weitere Unternehmen auf dem Freesource-Kanal. Bitte abonnieren und ich sage schon mal Danke an dich, Roland Jägen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.